Sie sind hier, 19. Juli 2018, 19.36 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Ante Rebic könnte nächste Saison ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Niko Kovac, bevorstehen Urheberrecht, Getty Image, der Deal wird immer konkreter, angeblich ist der Berater von Kroatien-Star Ante Rebic bereits zu Gesprächen in München, um über einen Wechsel zu verhandeln. Ob sich da ein spektakulärer Deal beim FC Bayern München anbahnt? Fali Ramadani, Berater des kroatischen Vize-Weltmeisters Ante Rebic, flog wohl heute nach München, um mit dem Rekordmeister über einen Wechsel zu verhandeln. Dies schreibt der italienische Transfermarkt-Experte Alfredo Pedulla auf seiner Homepage. Dem Bericht zufolge hat Pedulla einen guten Draht zu Ramadani. Bringt er seinen Schützling ausgerechnet bei dessen Ex-Trainer unter? Zur Erinnerung, mit Niko Kovac gewann Rebic kürzlich den DFB-Pokal. Im Endspiel brachte der Eintracht Frankfurt-Stürmer dem FC Bayern mit zwei Treffern fast im Alleingang eine Niederlage bei.